In Liverpool haben in der vergangenen Nacht mehrere tausend Menschen die englische Fußballmeisterschaft gefeiert. Trotz Warnungen drängten die Fans des FC Liverpool vor das Stadion in der Anfield Road. Während die Mannschaft und Trainer Jürgen Klopp vor leeren Rängen den Pokal entgegennahm, ignorierten die meisten Anhänger die geltenden Hygieneregeln. Die Polizei meldete neun Festnahmen. Trainer Klopp versprach den Fans eine Feier nach dem Ende der Pandemie.